Es geht weiter mit Destroy Some Heartless, natürlich mit mir als Sonic Shadow Fusion, Featured, Roxas und Sigba. Wow. Jungs, ihr seid nur mal zu stark. Besonders du. Ja, dein Name Bombe passt. Nein! Nicht den Qualm. Jaaaaaaah. Okay, schnell weiter. Ich hab keinen Bock, diese Herzlose zu verkacken, bevor ich gegen den richtigen Boss kämpfe. Aber jetzt kommen ja auch noch dieser Gesichter. Verdammt viele davon. Schwebender Geist. Nimm das. Okay, Autoschutzengel verbraucht. Boah, scheiß Kürbis. Und dann daaaasss. Boah, ein schwebender Geist ist hinter mir her, wenn ich auf einen schwebenden Geist einprügeln. Die haben beide versucht, mich zu packen und den Quanten zu nehmen. Da verstirbt einer. Na, los, nimm Schaden und zwar richtig viel. Boah, mal wieder alle Herzlosen besiegt. Und jetzt kommt der Boss, wenn man ihn so nennen kann. Das ist ein großer Herzloser, aber noch kein riesiger. Das sieht mir groß genug aus. Komm schon. Ha, gut. Immer schön den Kopf hoch. Warum ist dieser, warum ist der Eiskristall plötzlich, äh, Schneekristall plötzlich so eine große Sache? Im Schloss des Bissens habe ich den auch ganz einfach fertig gemacht. Und... tot. So einfach ist das. Mission erfüllt. Oder nicht? Hä? Ach, komm mal auf mit dem. Hui. Sigurd hat dir seinen verdammten Arsch gerettet. Siehst du, das nenne ich einen Riesen. Hm. Eisschneider. Und wisst ihr, das Beste an dem? Er ist genauso zu besiegen wie die anderen seiner Sorte. Er ist nur gegen Magie immun. Und hat Eis-Effekte. Na, los. Tun wir den Gefangenen und stirb jetzt. Ah, sonst stirb schon. Stirb. Ja, es geht relativ schnell. Trotz, dass das ein Boss ist. Mehr oder weniger. Ich meine... viele Herzlose hier kann man als Bosse betrachten. So, wollte ich nur haben. Nein, vereist. Ja. Prügeln, prügeln, prügeln. Prügel ist tot. Reichweite-Tagg Doppel-Plus. Genau das brauche ich. Da, jetzt kannst du sagen, Mission erfüllt. Du hättest mir auch sagen können, dass dieser Eis-Fufe-Herzlose nicht unser Ziel war. Aber weil ich's nicht gesagt habe, hast du eine schwere, aber wertvolle Lektion gelernt. Und fürs Protokoll, ich hab dir gesagt, dass du den Kopf hochnehmen sollst. Nun ja, aber... Ha, komm schon, Kleiner. Zurück zum Schloss. Okay. Oh, ich schätze mal, hier unten ist noch irgendwie was. Nein! Hier ist nichts! Unglaublicherweise! Naja, ich muss wieder rüber. Keine Herzlosen da, bis auf die einen, die ich hab stehen lassen. La, 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 ihr Trägergeister, seid mir sowas von egal. Da, 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 da. Ach ja. Da hinten ist ja ja der Ausgang. Oh, nix. Oh, nix wie raus hier. Oh, nix wie raus hier. Zurück zum Schloss. Ja! Level ab! Level ab! Level ab! Hey! Ich kann mir ein neues Level drauf packen. Jetzt geht's leveln aber auffällig schnell. ja, Stufenverpler hat sie auch gebracht na gut, ich schätze mal dass ich hier auch einmal abspeichern kann nur für den Fall der Fälle, bevor ich hab täglich schon wieder der Auftrag verhaut irgendwie mescht sich der Arbeitsspeicher zu hoch, wenn der Immolator zu lange läuft na gut, hier ist erstmal Schluss mit den Aufnahmen, sicherheitshalber bis zum nächsten Mal